Alter was ist das ein Taser oder? Lähmungsgewehr. Ich kaufe den Penetrator, wenn ich Geld habe. Ja wir haben das Geld nicht man. Warte kann ich mir den Pistol leisten? Die Cobra wäre auch nicht schlecht. Die sind alle so arsch. Das gibt es doch nicht. Munition? Boah sie sind ja echt übersteuer. Ich glaube wir sollten einfach nur Munition kaufen. Teilen wir uns eigentlich das Geld oder? Ich habe jetzt noch 136. Ja dann hast du ja mehr. Ja aber ich kaufe mir für Dings ein bisschen. Preis 11. Was ist das überhaupt? Wurfwaffen? Elektrogranaten auch nicht schlecht. Du hast nicht genug Geld verlassen. Bist du sicher? Ja gut. Gibt er den großen hier oben? Hä? Woaaah. Alter draußen wird geballert. Lol. Ich habe den lassen wir sehen ausgenockt. Alter was wird denn hier rumgeballert? Hey mein schöner Mustang. Ihr Wunsinn ey. Was? Hast du was geklaut? Nein ich habe ausschließlich eine Lasentüste vermöbelt. Nein Alter komm wir hauen ab. Los. Na lass doch die Tüße hier umbringen. Scheiß Kopf geh drauf. Ja warte lass mich anstrengen. Ja los 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 los. Ja. Ich will jetzt nicht drauf. Wach fach 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 fach. Lol der Mustang brennt. Und unser Reifen ist im Arschmann. Wir haben eine Platte. Oh mein Gott. Ok neues Auto. Äh was ist das? Hammer? I don't know. Wuuuuh. Was schießt denn die? Auf die Bullen natürlich. Kann man das Bullen Auto? Ich muss nachleihen. Boah der steht einfach auf alles was sich rührt oder wie? Boah halt mal. Hat man? Na. Da wäre ne Viper gewesen. Geiler Scheiß. Das ist scheiße auf Felge zu fahren man. Nein das geht schon. Warte kann man immer noch drücken? Ja. Hehehe. The gun should all be in that warehouse. Heyo. Maybe you should have thought about that before attacking an armory. Äh. Das sind ganz viele. Ne? Das ist dir bewusst. Ich kann ja mal von denen die Waffe klauen. Ja kann man. Oder? die waffe haben wir gerade eh schon mach jetzt was bringen die waffe jetzt nehmen oder nicht jetzt habe ich den schrot mann hast du die aufnehmen müssen mit f oder neben dem einfach drüber läuft wenn du musst die hänge aufgenommen alles klar die halle stammt sexe okay die waffe also die pistole jetzt muss man anladen bis auf die das magazin hier wir sind schon hier was sollen wir hier wappen aufnehmen oder was ist die cobra besser krank und sie gucken ja halt sie ist teurer auf jeden fall und man die kubel ja und sogar mit der glatt guck mal erschienen bei uns schott schott auch o ich glaube ich habe mir werfen ich weiß es nicht noch alter was geht mit dem spaß 2222 alles klar alles klar alle ich bin fast ich habe ein schild aufgenommen man ja ich hatte ganz hier vorne hier draußen alter hier wird er nicht freunde der feinde was gibt hier wenn das nächste dumpfer gibt es alles klar Ok ok Lenkrakete Nein Matej, ich mach hier mal nichts Ah Alles klar, die zwei müssen nur Max sein Die Lenkrakete ist mal cool Wie schießt man die an? Fangen wir rechte Maustaste oder? Jaja Oh, du fasst dich aus dem F*** rauszum Abo Machst du vorne? Da war ich kein cool Ok, das Ding ist geil Da steht noch so Mixer Und da Da Nein, stirb Der Nein mach hier noch Wuuu Alles klar Hier haben wir noch so einen Mixer Alter, der Tank hat's überlebt hey Machst du denn die Lenkrakete oder die normale Rakete? Die Lenkrakete, man Die Lenkrakete, man Ok, das ist echt hart Äh... Ja Was? Nein, ich will weitermachen, es macht gerade so Spaß Umschaltspläne Ach, wir haben nur unendlich von den Dingern Boah Gib dir Äh... Ich bleib mir hier drin und mach ein paar Ey, draußen ist nix mehr Ja Einfach da Dass da keiner reinkommt zu uns, ne? Ähm, ja Ey, ich mach mal auf altbewährte Art und Weise Und zwar mit der hier What the fuck? Hast du es schon geschafft, oder wie? Ich bin einfach in den Heli reingesprungen Ach komm schon Ich bin schon unser eigener auch Aber wie setzt man jetzt die gottverdammten Granaten eigentlich? Ich weiß es nicht Ähm... Mitten in der Maustaste ist es bei mir Echt? Lol Also du hast es bei mir zumindest Mhm Mhm Oh, und kaputt Das Ding Hinter uns ist noch irgendwo einer Kommen wir bei der Schönechen Ach komm Weißt du was? Unten Unter uns Mach kaputt Oh, die drohtab gerade da Siehst du die auch? Ich fliege einfach weiter Hast du die auch grad gesehen? Nö Die sind mich gleich weitergeflogen Hm Crazy Oh, nachladen Machst du das? Was machst du da für einen Scheiß, man? Was? Ich hab draufgehalten. Wir werden Waffen brauchen. Und geschafft. Echt? Das steht jetzt erst bei mir, Tottenhay. Fahrgeld. Okay. 4.000. Ja, Mann. Respekt auf 2 erhöht. Nein, hab ich nicht. Domizilwohnung, Womax. Wohnung von Shandy's Ex. Waffe Rippatrone. Die Rippatrone kannst du im Waffenlager deine Domizils ausrüsten. Hm. Sanestro Book. In Sanestro Book auf deinem Handy findest du Atemziele, Diebstahlisten für Fahrzeuge und Herausforderungen. Geil. Verbesserungen. In meinem Verbesserungsmenü deines Handys kannst du neue Fähigkeiten und Boni kaufen. Hm. Funtime Pack. Funtime Pack. Kleiderstand, Waffenlager und Garage sind neue Inhalte zum Herunterladen verfügbar. BPD Bag. In deinem Telefonbuch stehen neue Inhalte zum Herunterladen verfügbar. Äh, ja. Team Fortress 2 Masken. WTF? Okay, das... Äh, wie wärs... Ich will mich selbst mal umziehen hier. Was ich denn umziehen? Auf Domizil zugreifen. Kleiderschrank. Ah. Nein, nicht Garage. Was? Ich kann meinen Kopf immer noch... Antenne. Ach hier mein Auto, ne? Alter, warte mal, warte mal. Zieh dir das mal rein. Äh. Ich bin Garage. Irgendwissil verlassen. Nein, nicht verlassen. Guck mal. Guck mich mal an. Wo bist du, Mann? Wo bist du? Ah. Muss ich hier in Arsenal reingehen? Guck mich mal an. Ne. Guck mich mal an. Geil, ne? Loil. Du musst einfach nur E drücken, Mann. Kleiderschrank. Alter, was es da für Köpfe gibt, hey. Weißt du, was es zum Anziehen gibt? Team Fortress 2 Masken und die ganzen... Oh, fun, fun, fun. Oberkörper. Oberkörper. Hm. Was? Rucksack gibt's auch? Ja. Ne, Rucksack nehm ich nicht. Unterkörper, schauen wir mal. Keine. Ach, Alter. Schul. Unterwäsche kann man auch noch ändern, hey. Alter, du kannst auch keine Unterwäsche tragen. Alter. Wie ist das übel? Du kannst auch keine Unterwäsche tragen. Ja, das hab ich gesehen. Ja, das hab ich gesehen. Ja, ja. Bombenlieder Maske. Na, ich glaub ich... Ach, Garage gibt's ja auch noch. Genki-Mann-Pult. Warte mal auf. Wo bist du eigentlich? Ich bin doch bei Outfits. Echt? Wo bist du denn, Mann? Ach so, du bist noch drin. Ja, warte. Jetzt. Guck mal. Guck. Guck mal. Wo bist du denn? Warte, warte, warte. Ich muss erst mal aus meinem Auto raussteigen. Ähm. Bist du runter gegangen? Ne, Mann. Ich bin in der Garage. Ich bin so gesehen draußen. Alles klar. Guck mal, was ich hab. Alter. Alter. Passt du auf? Wir haben mal nen Dingwerfer hier. Ja, Mann. Das ist das. Ähm. Man-O-Pult. Du kannst dich jetzt damit schießen. Weißt du das? Schieß mal. Lol. Wie geil. Warte. Du musst einfach nur auf mich rüber fahren. oder auf mich rauf fahren, ne? Sind sie bei dir drin oder wie? Ich weiß es nicht. Warte. Ja. Echt? Ja. Warte, warte mal. Wir brauchen, glaub ich, mal nen neuen Auftrag oder so. Ähm. Ach so, Immobilien könnte man kaufen. Ähm. Komizil? Aufträge. Mach mal. Ja, mach mal. Willst du jetzt schon einen Auftrag machen? Ich weiß nicht. Wenn du willst, können wir auch erst ein bisschen in der Gegend rumfahren. Ja, guck mach mal. Was Auftrag? Ja, warte. Aufträge. Warnung ist beschäftigt. Korbauftrag starten. Ja. Jetzt ist die schöne Musik weg. Warte, könnte ich mich in die Richtung schießen? Ich weiß nicht. Boah, ein Betonmischer hier. Alter, das ist geil. Nehmt man echt Taten, wenn man sich schießt. Was? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich glaub nicht. Wo bist du? Loll. Loll. Am Schild rumgeblieben. Scheiße, ich muss da runter. Ich hab mich voll gegen den Schild hingeschossen. Das nächste Mal nimmst du das Auto. Warum fährt die Scheiße? Nö, das nicht, aber... Flockendes Katapult. Ah. Torrad. Oh. Die Musik ist weg, Mann. Da ist ein Motorrad. Da. Links. Wir hatten immer noch links gemessen. Scheiße. Umdrehen. Willst du fahren? Äh, äh. Ja, voll du, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, voll du, Mann. Du, 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 du. Ah, ich kann dich auch schießen. Boah. Du kannst mich nicht schießen, weil, weil, weil ich bin noch nicht drin. Ah, jetzt halt. Aber ich kann Menschen schießen. Echt, normale Menschen. Alter. Ah, scheiße, hey, das Teil hat nen Fallschirm. Ah, ich bin nicht mehr drin, warte. Ja, ich ziehe, Kreise. Alles klar. Kann ich eigentlich jetzt rausschießen, oder? Nö. Ich glaub, wir haben nen Platten. Ja, wir haben nen Platten. Jetzt schon? Ja, Mann. Warte mal. Nein! Hahaha. Hahaha.